8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lukas! Maria! Weißt du, was mir am meisten Angst gemacht hat? Als ich auftauchte und ganz allein war. Das war das Schlimmste. Was ist, wenn Mami und Lukas jetzt auch ganz allein sind? Stell dir vor, wie viel Angst sie haben. Lukas, geh los und hilf jemandem. Du kannst sowas. Schaffst du es allein? Ich verspreche es dir. Hast du meinen Sohn gesehen? Suchen sie ihre Familie? Hast du sie gesehen? Ich helfe ihnen. Josef Benström? Ist er hier? Lukas! Lukas! Simon! Ich werde alle Krankenhäuser absuchen und jede Sammelstelle. Ich finde sie, das verspreche ich dir. oder? Ich werde alle packen.